Auf serlo.org gibt es fünf Formate. Kurse, Artikel, Videos, Applets und Aufgaben. Kurse leiten Schülerinnen und Schüler ohne Vorwissen Schritt für Schritt an ein neues Thema heran. Jeder Kurs beginnt mit einer Übersicht, auf der Inhalt, benötigte Vorkenntnisse und die Bearbeitungsdauer angegeben sind. In Kursen kann sich ein Schüler im eigenen Tempo von einer Kursseite zur nächsten klicken. Die Navigationsleiste auf der linken Seite hilft bei der Orientierung und zeigt an, wo man sich im Kurs befindet. Damit es nicht langweilig wird, werden Theorie- und Übungsaufgaben abwechselnd aneinandergereiht. Jeder Kurs endet dann mit einer kleinen Zusammenfassung sowie Verständnisaufgaben zum gesamten Kurs. Artikel sind das optimale Nachschlagewerk auf serlo.org. Das Thema des Artikels ist einer Schülerin nicht komplett unbekannt, aber sie möchte noch einmal kurz etwas nachlesen. Artikel sind deshalb im Gegensatz zu Kursen kurze, einfache Erklärungen, die mit ausführlichen Beispielen und passenden Übungsaufgaben ergänzt werden. Viele Lernende bevorzugen Videos, um Inhalte zu verstehen. Dazu gibt es auf serlo.org eine Auswahl der besten Lernvideos. Damit man weiß, worauf man sich einlässt, haben wir zu jedem Video eine kurze Zusammenfassung zum Inhalt verfasst. Viel Spaß! Applets sind kleine, interaktive Grafiken, die ein Thema schön visuell darstellen können. Schülerinnen und Schüler können zum Beispiel bei Funktionen verschiedene Parameter per Mausklick ändern und beobachten, was bei der Funktion passiert. So können sie spielerisch ein Verständnis für bestimmte Zusammenhänge entwickeln. Übungsaufgaben sind ideal, um ein neu erlerntes Thema zu festigen. Zwei Schüler können zum Beispiel gemeinsam an einem Rechner Übungsaufgaben rechnen und ihre Lösungen miteinander und dann mit der ausführlichen Musterlösung auf serlo.org vergleichen und so den Lösungsweg Schritt für Schritt nachvollziehen. Bei anderen Übungsaufgaben gibt es mehr zum Selbstausprobieren. Ob der Schüler die Antwort eintippt. Sich eine der bereits vorhandenen Antworten aussucht. Oder die Lösung selbst zusammenbaut. In jedem Fall gibt es Feedback von uns, ob das Ergebnis richtig ist oder nicht. Das Wichtigste. Jeder kann im eigenen Tempo lernen. Für den richtigen Moment das passende Format. Ich habe Funktionsaufgaben. Ich kann das nicht verkühren.